Ah, da bist du wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu diesem Video, das dich vielleicht auch interessiert. Ja, mich kennst du vielleicht schon. Mein Name ist Dom und wenn nicht, dann lern mich kennen. Ja, da oben gibt es ein paar Videos von mir. Und heute möchte ich dir gerne erzählen, wo ich mich rumgetrieben habe mal wieder. Ich war unterwegs, ich habe mir wieder was angeguckt, nämlich, ich bin ein paar Videos und ich war beim BJJ. What? What the f- Brazilian Jiu-Jitsu hat der Dom gemacht. Und das war ziemlich cool. Denn wie ihr schon mal gesehen habt in anderen Videos, bin ich ja immer weltoffen für andere Tätigkeiten, andere Kampfsportarten, in die ich ganz gerne mal hineinschnuppere. Und nur mal ganz kurz zur Klarstellung. Wie ihr bereits wisst, bin ich ja sehr offen auch für andere Kampfsportarten, in die ich dann ganz gerne hineinschnuppere. Da oben kann ich dir mal zeigen, da war ich nämlich mal beim Kickboxen. Ja, also als Winged-Schungler hole ich mir von vielen Seiten auch ganz gerne Input und erzähle euch da ganz gerne davon. Und du solltest jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn am Ende des Videos erzähle ich dir eine Echt-Situation, die auf der Straße vor wenigen Wochen genau so passiert ist. Und ja, das war keine schöne Situation, aber ich möchte das ganz gerne an dieser Stelle einmal erwähnen. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz was klarstellen. Leute, das ist mir nochmal ein Anliegen. Denn ich erzähle euch natürlich, was da passiert ist. Beim Kickboxen haben wir ein bisschen Sparring gemacht und das Training habe ich da ein bisschen beschrieben, was da so abgelaufen ist. Viele von euch waren ja vielleicht noch nicht beim Kickboxen, kennen das nicht, also erzähle ich das. Und beim BJJ war das genauso. Heute erzähle ich euch, was da abgelaufen ist. Und auch da haben wir Sparring gemacht. Und dann habe ich in den Community-Tab einen Beitrag geschrieben. Das mache ich ja ganz gerne. Also wenn du den Tab Community nicht kennst, Community, Community, dann musst du mal auf meine Kanalseite gehen. Und unten ist dann, da steht dann so Mitgliedschaft und Videos und Playlist, ist alles so aufgelinkt auf meiner Kanalseite. Da müsst ihr drauf gehen. Und da ist auch dieser Tab Community. Und wenn man da drauf klickt, dann tut sich die neue Welt auf hinter den Kulissen. Dann poste ich mal zwischendurch mal Bilder von den Dreharbeiten oder ich erzähle euch mal so ein bisschen, was so abläuft. Oder mache mal eine Umfrage. Und da kannst du also auch Einfluss auf diesen Kanal nehmen, in welche Richtung dieser Kanal sich entwickelt. Und mal so Abstimmung tätigen. Und dann frage ich euch auch mal, wie ist das Training und so weiter und so fort. Und da habe ich jedenfalls auch reingeschrieben. Leute, ich war beim BJJ und dann habe ich mal so in drei Zeilen kurz mal meinen Eindruck geschildert, was da so passiert ist. Und habe auch gefragt, Leute, möchtet ihr ein langes Video dazu sehen, hören, wie auch immer. Und da habt ihr gesagt, ja, der eine oder andere hat gesagt, ja, ich möchte gerne mal hören, was der Dom dazu erzählen hat. Und das mache ich jetzt hiermit auch. Aber bitte, mir ist ganz wichtig, ich bin auch Freizeitmensch. Ich habe nicht immer meine Kamera dabei. Das mache ich nicht hauptberuflich hier mit YouTube. Ich verdiene da so wenig Geldmitglieder, Leute. Deswegen wäre es ja ziemlich cool, wenn du Kanalmitglied wirst und uns auch unterstützen würdest. Hier auf diesem Kanal. Und das ganze Support ist, wenn es dir denn gefällt. Ist immer freiwillig. Kannst du dich auch mal informieren. Ist gratis, die Information. Und genau, also das wäre ziemlich cool. Aber ich, was ich damit sagen will, ich habe nicht überall meine Kamera dabei und mache jetzt überall, wo ich bin, Videoaufnahmen. Also ich gehe jetzt nicht zum Kickboxen und Filmen, das Kickbox-Training und die Trainer und die ganzen Leute, die da rumrennen, die ich, von denen ich überhaupt nicht weiß, ob die das überhaupt wollen, dann auf irgendeinem Internetkanal zu erscheinen, öffentlich. Und das Gleiche gilt auch für das BJJ. Also ich habe nicht überall meine Kamera dabei und baue die nicht überall auf. und dann mache ich das. Sondern Leute, das müsst ihr mir ja nun mal glauben, dass ich da war und trainiert habe. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann kann ich euch nicht helfen. Und warum soll ich jetzt immer alles filmen? Also das ist für mich einfach zu anstrengend. Seid mir nicht böse. Also das ist, ich möchte mich aufs Training konzentrieren, wenn ich da hingehe. Ich möchte mich auf die Sachen einlassen und ich möchte dann kein Content primär machen, um irgendwelche Leute da draußen zu befriedigen, die Wing Chun sowieso Käse finden und sagen, ja, was du machst, ist blödsinn. Also das nun mal so vorab einmal als Hinweis. So, und ich war also beim BJJ und wir haben ziemlich coole Übungen gemacht. Leute, die schmeißen beim BJJ mit sehr, sehr vielen englischen Begriffen herum. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin kein BJJ-Enthusiast. Ich habe mal, ihr kennt meinen Kampfsport-Werdegang, den kann ich da immer anschlagen. Da habe ich es euch geschillert. Ich habe mal ein paar Jahre lang Luta Livre gemacht. Ja, das ist vielleicht in einigen Belangen ziemlich ähnlich, aber die ganzen Begriffe kennen ich mehr. Ich bin kein Luta Livre-Enthusiast. Ich bin kein BJJ-Enthusiast. Ich habe das gemacht, was wichtig ist für die Selbstverteidigung, für den Bodenkampf. Das muss man einfach auch gemacht haben, Leute. Das ist wichtig, dass man das auch kann, wenn ich geschubst werde, wenn ich stolper, dass ich am Boden weiß, wie kann ich mich da verteidigen, wo ist meine Deckung und so weiter und so fort. Aber ich bin keiner, der jetzt hier totaler BJJ-Enthusiast ist. Er sagte mal ein weiser Mann, Bodenkampf musst du nicht lieben, du musst es nicht mögen, aber du musst es mal gemacht haben, um zu wissen, wie es ablaufen könnte. So, und mit der Prämisse bin ich dann also wieder losgefahren. Ich war wieder unterwegs zur Technischen Universität in Dortmund und dort wird BJJ angeboten. Und ich bin da ganz belanglos hingefahren. Also hatte keine bestimmten Erwartungen an das Training. Ich wollte mich einfach mal inspirieren lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist den Leuten auch gelungen. Also das muss ich ganz klar sagen, denn es war ein richtig geiles Training. Also mir hat das Training tatsächlich besser gefallen als Kickboxen. Da war ich ja auch in der Technischen Uni. Ich habe es ja in dem Video angeschlagen, habe ich ja gerade schon gezeigt. Das Training beim BJJ hat mir noch besser gefallen. Warum ist das so? Kann ich euch gar nicht begründen. Also vielleicht gefällt mir das Training da einfach besser als Kickboxen. Das heißt nicht, dass Kickboxen schlechter ist. Na, Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Und ich hatte immer so den Eindruck, die Jungs wieder rumranden und Mädel waren auch dabei, das ist alles mehr so, wie soll ich das sagen, so Gentleman-Sport. Also das ist so Gentleman-Kampfsport. Ich meine, die werden dich komplett auseinanderrupfen und brechen dir alle Gelenke und Knochen im Körper. Keine Frage. Aber es wirkt dabei alles so ein bisschen edler. Also es ist nicht so dieses, boah, Kickboxen drauf, Low Kick, Tornado-Kick hinterher, Bam Bam Schwinger. Sondern es ist mehr so, die töten dich und lächeln dabei. Und das fand ich ganz sympathisch, muss ich gestehen. Okay, und das ist genau so mein Ding. Also jemanden wegzumachen und völlig unterschätzt zu werden dabei. Und plötzlich bist du da in irgendeiner Armbar oder in irgendeinem Footbar oder wie auch immer, wie sich jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nennen. Verzeiht mir das bitte, ich kenne diese Begriffe alle nicht. Und die nehmen dich auseinander und grinsen dich dabei an. Und das finde ich einfach total sympathisch. Also genau mein Ding eigentlich. So, und wie lief das Training ab? Wir haben eine Technik durchgeführt. Ich kann die jetzt auch gar nicht erklären oder wiedergeben. Denn das ist alles so Schlangenartig, Anaconda-artig, wie sich die Leute an dir hochschlängeln mit den Beinen um den Körper wickeln, einen Takedown durchführen und dann in den Fußstreckhebel gehen. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Also das war schon ziemlich cool. So, aber was für mich wirklich gut war, also erstmal habe ich mir einen super Lob vom Trainer abgeholt. Und das muss ich jetzt mal sagen, Leute. Es gibt von mir Bodenkampfvideos. Das hat nichts mit BJJ zu tun in die Richtung, wie es da trainiert wurde. Wir machen ja Bodenkampf für die Selbstverteidigung. Was komplett anderes. Sag ich aber gleich nochmal was zu. Aber da kam der Trainer zu mir und hat mich gelobt. Also so schlecht wie in diesem einen Video mir einige Leute weismachen wollten, wie unsere Bodenkampf-Skills wären. Dann denke ich mir mal, Leute. Ja, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrucken? Wo ist eure Expertise? Also wenn ihr wirklich gut seid in dem, was ihr könnt, dann wisst ihr auch genau, was ihr machen könnt am Boden und ihr könnt das genau bewerten, was wir am Boden machen, um jemanden zum Beispiel fertig zu machen. Und das ist dann nicht der feinste BJJ-Griff oder Luther-Liewe-Griff. Das ist nicht so schön oder so herrlich, geschmeidig, locker. Nein, das ist das nicht. Weil wir das nicht brauchen. Das ist für die Selbstverteidigung nicht notwendig. So, wir wollen killen. Das ist alles. Das ist das, was wir wollen. Und das reicht dafür. Und beim BJJ ist ja nochmal anders. Oder bei Luther-Liewe auch für den Bodenkampf. Ich will ihn vernünftig mit Techniken zu Boden bringen. Da gibt es bestimmte Techniken. Und viele Dinge, die mir in der Selbstverteidigungssituation gegenüberstehen würden, die habe ich ja beim BJJ nicht zu erwarten. Aber da sage ich dann immer was zu. Also, wie lief dann das Training zum Schluss ab? Am Ende wurde dann Sparring durchgeführt. Und zu mir kam dann einer, der hat schon seinen Mundschutz reingemacht und sagte, mit dir mache ich jetzt Sparring. Und da habe ich gedacht, ach du Schande. Denn der Typ, der hat die ganze Zeit mit dem Trainer, wenn er was zeigen sollte, hat der Trainer den immer genommen. Und der Typ hat am Boden dann immer sich direkt um den Trainer geschlungen. und hat den sofort so eingepackt und eingewickelt. Und da wusste jeder, der da sitzt und nur ein bisschen Ahnung hat, Alter, der Junge kann was. Das ist keine Wurst. Und dann kam der also zu mir, hat mich rausgepickt und sagte, ey, mit dir mache ich jetzt Sparring. Joa, ich bin halt so ein sympathischer Kerl, ne? Wisst ihr ja. Und da habe ich gedacht, Alter, habe ich ihm gesagt, Junge, ich mache das noch nicht so oft. Boah, ist kein Problem. Und dann kam der Trainer sofort hergelaufen, weil er schon meinen P in den Augen wahrscheinlich gesehen hat und gesagt hat, oh, okay. Ja, dann muss ich erst mal kurz hier intervenieren. Und dann hat er gesagt, ey, Dom, du weißt, ne? Also, was hier alles nicht so erlaubt ist. Schlagen ist nicht erlaubt. Griffe in die Augen, ins Gesicht sind nicht erlaubt. So über die Nase einen wegzudrücken, haben sie nicht so gerne. Ich weiß nicht, ich kenne die BJJ-Regel nicht. Das wisst ihr besser als ich. Könnt ihr mal reinschreiben. Ob das überhaupt erlaubt wäre, habe ich gar nicht gefragt. Also dieses an der Nase wegdrücken, ist das in BJJ erlaubt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wird mir mal interessieren. Dann, alle Griffe in die Genitalien sind nicht erlaubt. Kopfstöße sind nicht erlaubt. Faustschläge, weiß ich gar nicht, ob ich schon gesagt habe, sind nicht erlaubt. Ellenbogenschläge, nicht erlaubt. Kniestöße, nicht erlaubt. Also, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, alles, was Spaß macht, ist nicht erlaubt. No, God, please, no! 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 Und dann komme ich. Und ich natürlich überhaupt nicht technisch versiert und habe jetzt da diesen Typen an der Angel, der mich da wahrscheinlich gleich wegrupfen wird. Und Leute, was soll ich euch sagen? Wir sind dann in die Position gegangen. Sparring, freies Sparring. Übrigens, das Sparring bei BJJ sieht auch nicht aus wie beim Boxen. Übrigens, wollte ich nur mal sagen. Also, wenn mal einer sagt hier, euer Wing Chun Sparring, das ist doch kein Sparring. Ja, Leute, ne? Also, das Sparring beim BJJ findet auch am Boden statt und da stehen nicht die Leute voreinander und beflastern sich mit Fäusten. Sparring in der jeweiligen Kampfsportart oder in der jeweiligen Kampfkunst sieht nun mal anders aus als Sparring beim Boxen. Nur bei vielen bleibt immer Sparring vom Boxen im Kopf. Also, Leute, wir machen auf diesem Kanal Wing Chun und deswegen seht ihr hier oben Wing Chun Sparring und, ne? Kein Bock Sparring. Aber das sind dann nebenbei. Also, wir haben Sparring gemacht im Bodenkampf. Einer in der stehenden Position, der andere am Boden liegend. Ich hatte das Glück, ich durfte dann drei, vier Sekunden im Stehen anfangen und dann ging das los und dann hat sich das Ganze auf dem Boden entwickelt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Sparring hat so ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert. Ich meine, wenn ich mir nicht verzählt habe, es waren sieben Runden, die wir echt Vollgas gegeben haben und die Runden waren stellenweise verdammt lang. Ja, weil wir uns einfach im Boden so verheddert haben, dass sowohl er als auch ich jetzt daraus keinen Nutzen ziehen konnten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Lücken habe ich alle gesehen. Also, all das, was man hätte machen dürfen, beißen, schlagen, treten, greifen, kratzen, in die Klöten, Kopfstöße, Ellenbogenstöße, und das, was wir also in unserem Bodenkampf machen, wenn wir Bodenkampf trainieren. Diese Lücken habe ich alle erkannt, durfte sie aber natürlich nicht verwenden, weil ich mich logischerweise auf das Regelwerk vom BJJ voll und ganz eingelassen habe. Und dann bin ich auch noch Schüler. Dann gehe ich da hin und muss mich nun mal auch zurücknehmen. Es fällt mir nicht schwer, mit den weißen Gürteln umzulegen, Leute. Also, das ist nicht das Problem. So, aber was ich sagen möchte, die Runden gingen teilweise ganz schön lange und ich war überrascht, ich habe den Typen gut gehandelt. Nein, ich habe den nicht in irgendeine Armbar reingekriegt. Nein, ich habe nicht irgendeinen besonderen Hebel ansetzen können. Aber er bei mir auch nicht. Er hat es nicht geschafft. Ich hatte ihn immer gut so unter Kontrolle, dass er es nicht geschafft hat, die entsprechenden Techniken, bis auf zwei Ausnahmen, dazu komme ich gleich, anzuwenden. Zweimal hat er es geschafft, das ist jetzt das, was ich sagen wollte, zweimal hat er es geschafft, mich in einen Fußstreckhebel zu bringen. In einen Fußstreckhebel zu bringen. Und dann habe ich halt abgeklatscht und gesagt, okay, das reicht mir, das passt. Vielleicht wäre ich da sogar rausgekommen, wenn ich dann aufgestanden wäre, also wenn er mich im Fußstreckhebel hat, dann kann man ja, wenn man aufsteht, da quasi rauskommen. Habe ich aber tatsächlich in dieser dynamischen Situation nicht probiert, denn es war wirklich Vollkontakt-Sparring unter BJJ-Regeln. Also jetzt weiß man schon mal, was alles nicht erlaubt ist, aber sonst war alles drin. Und das war ziemlich cool. Und eine Situation war dann ziemlich gut für mich persönlich. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass mir das gelungen ist. Das war dann, als ich meinen Partner in einen Shoke nehmen konnte und ihn am Boden mit meinem Kopf so kontrollieren konnte, dass er aus dem Shoke nicht mehr rauskam. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt punktemäßig im BJJ, ob das jetzt eine Aufgabe, eine Submission oder sonst irgendwas gewesen wäre. Was weiß ich, ich weiß das nicht, Leute. Aber auf der Straße hätte ich dicht machen können, hätte ich ihn gechokt und mit der anderen Hand hätte ich nur reinschlagen können. Ja, und das Thema wäre durch gewesen. Also die Lücken waren da. Und das war auch das, was ich für mich mitnehmen möchte und wollte. Also mir geht es ja gar nicht darum, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und gucke mir andere Sachen an, jetzt die Kampfsportart in Gänze zu lernen. Das ist nicht das Ziel. Dann würde ich da hingehen und das da trainieren. Mir geht es ja nur darum, zu schauen, ob die jetzt irgendwelche wilden Tricksauflager haben, die ich vorher nicht kannte. Und wir haben dann die gleiche Übung, die wir auch vor Ort durchgeführt haben. Habe ich gestern noch mit einem meiner langjährigen Trainierenden durchgeführt. Bei mir im Trainingsraum habe ich ihm gezeigt, was wir da gemacht haben. Und dann landete er dann auch auf dem Rücken und hatte sofort sein Knie oben, ja, also sein Bein oben, ja, liegend und oben das Bein. Und sagte, ey, ich könnte jetzt ins Gesicht treten. Und dann wird gesagt, jo, das darfst du aber nicht. Wir machen BJJ. Du darfst das nicht. Also mit anderen Worten, auch er hat sofort die Lücken erkannt nach dem Takedown, die er hätte nutzen können, um eben dann zum Beispiel in dem Fall mir ins Gesicht zu treten. Es gibt sehr, sehr viele Lücken und daran sieht man wieder, Leute, auch BJJ ist unter BJJ-Regeln nur ein Sport. Das ist so. Ja, und die ganzen Dirty Tricks, die einige geschrieben haben, ja, die kennen aber auch die Dirty Tricks. Ja, okay, mag sein, weiß ich nicht. Also ich erkenne die Lücken, ich weiß, wo ich reinschlagen könnte. Mir wird wahrscheinlich nicht dieser filigrane Armbar gelingen, das wahrscheinlich nicht. Aber ich erkenne die Lücken, ich weiß, wo ich beißen kann, ich weiß, wo ich mit dem Kinn arbeiten kann, ich weiß, wo ich mit dem Kopf arbeiten kann, mit den Ellenbogen, wo die Hoden frei sind oder die Genitalien, um da reinzuhauen oder die Rippe frei ist oder der Bizeps frei ist, um da mit der Fuß drauf zu schlagen, die großen Muskelgruppen anzugreifen. Das war für mich überhaupt kein Problem. Die Lücken waren da und die hätte ich gnadenlos umsetzen können. Nice. Und deswegen kann ich sagen, unser Selbstverteidigungsbodenkampf, so wie wir es trainieren, ist für die Straße absolut ausreichend. Und jetzt komme ich mal dazu, was ich dir am Anfang des Videos versprochen habe, denn nämlich jetzt erzähle ich dir etwas, was einem Kollegen auf der Straße passiert ist. So, und jetzt komme ich zu einer Situation, die auf der Straße tatsächlich so passiert ist. Ich werde keinen Namen nennen, das Ganze ist ja noch ein offenes Verfahren oder ein schwebendes Verfahren und deswegen nenne ich keinen Namen, was da passiert ist genau. Aber ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der wirklich sehr BJJ-affin ist. Also der macht wirklich schon sehr, sehr lange Brazilian Jiu-Jitsu, ganz lange. Also das war ziemlich offensiv, wie er das betreibt. Und er kam jetzt in eine Situation, in eine Schlägerei, wo ein bestimmter Mensch an einem Laden Stress gemacht hat. Der hat da Theater gemacht und der wollte die Örtlichkeit nicht verlassen, der wollte nicht weg. Und dann wollte man aber Platzverweis, Hausverbot erteilen, wie auch immer. Und ist dann zu ihm hingegangen und dieser Typ, dieser Störer hat dann meinen Bekannten angegriffen. Angegriffen, der hat den angegriffen, gepackt, wie auch immer. Ich kann das jetzt nicht, ich war nicht dabei, also ich kann nur sagen, so grob, wie er es mir gestern geschildert hat. Und er konnte dann tatsächlich den Störer mit BJJ-Techniken zu Boden bringen. Und dann kam die Ernüchterung Nummer eins. Er sagte dann nämlich, also mein Bekannter sagte dann, das war überhaupt kein Problem. Ich habe den gepackt, ich habe die richtigen Griffe angesetzt, so wie ich es im Training gelernt habe. Und plötzlich kam die Ernüchterung, denn wir schlugen auf dem Asphalt auf. Patsch, keine Matten, Asphalt. Bumm. Da war schon mal die erste Realitätsstufe, die ihn eingeholt hat. Denn Asphalt gibt ihr bekanntlich nicht nach. Tut ziemlich weh. Und dann hat er dann versucht, den Typen am Boden irgendwie zu greifen, irgendeinen Hebel anzusetzen oder einen Shook. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Er hat es mir erklärt, aber Details, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall hat es der Proband geschafft, also sein Gegner geschafft, dem Bekannten, meinem Bekannten, ins Bein zu beißen. Er sagte, er kam wie Pac-Man auf mich zu und biss mir in die Wade. Und mein Bekanter dachte erst, der hat mich nicht getroffen. Der hat mich jetzt nicht erwischt mit dem Biss. Und ein paar Sekunden später kam der Schmerz im Gehirn an und er dachte, ach du Schande. Der Vorfall ist über sechs Wochen her und er hat mir gestern die Bisswunde gezeigt. Und ich hatte den Eindruck, das sei erst drei Tage her oder was. So fest hat er zugebissen. Und das ist die Realität zwischen einer realen Selbstverteidigungssituation und BJJ. Und ihr selber könnt euch dafür entscheiden, in welche Richtung ihr trainieren wollt. Wenn du allerdings Richtung Selbstverteidigung gehen möchtest und dann dich für Wing Chun entscheiden möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video da oben angucken. Dort zeige ich dir nämlich, wie man Wing Chun gut und didaktisch trainieren kann. Und hier unten habe ich eine Playlist, da geht es um Selbstverteidigungstechniken, die sogenannten Lords, kurze, prägnante Videos. Und die kannst du dir anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bleibt weiterhin dabei. Trainiert gut und hart. Und wie immer, egal was ihr macht, Hauptsache ihr macht was. Ciao. So ein Jahr. Die Bibel von Sunniter und Hausärm Arabisch wars, hoch, gedinlichste. Und wie immer, gut ist, processorкое und wahnsinnigste. Und wie immer, wie immer, wenn du nie brauchst, ähm, ja? Dann almachen wir daughters mit Alt defendern lassen. Das war wichtig.